Rhin versucht den abgeladenen Ayame zu helfen. Ayame zu retten, denn sie hat etwas liebens zu ihr. Nächster, auf Tenchu Fatal Shadows, eine Schöneinung. Evil will perich in ein flash of crimson. Consciousness returns. Locked in a cell. And a keepsake lost. An act of kindness carries a high cost. Injury and imprisonment. Should she sit and wait? Or attempt the futile? Calculated thought gives way to panic as muscles refuse to respond. A faint ringing. The after effects of the concussion? Or the sound of a bell? The sound of the lost promise? The unmissakable voice of Kiku. The sound of an act of an act. The sound of an act. Das war das, weil Ayame die Schwesterglöckchen verloren hat. Beim letzten Mal. Das haben wir ja gesehen in der Cutscene, ne? Gut, Freunde, würde ich mal sagen, wir haben hier keinerlei gute Items. Das ist sehr blöd. Ich hoffe, dass ich die finde. Jetzt nehmen wir hier noch ein paar mit. Zweimal das. Und was haben wir denn hier noch so? Leave behind to lurch guards. Keine Ahnung, was das heißt. Nee, Angriffspower brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Granate. Rauchbottel kann ich vielleicht gebrauchen. Für den Endgegner. Ja, Freunde, wie gesagt, jetzt geht es als nächstes mit Rinn weiter hier. Ach, mit Ayame nicht, genau. Der Feind hat Kikos Schwesterglocken. Glöckchen. Der Feind ist mächtig, okay. Ja, gut. Ist das du, Kind? Hä? 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 Überraschung? Ein Mann namens Mimizuku wird außerhalb der Garten der Gota sein. Sag ihm, du hundest Dragons. Er sollte etwas über Horns sagen. Dragons und Horns, gut! Hey, der Name ist Ayame von Azuma. Rin und Benia! Hm? Well... Das wird nicht sehr lange nicht bemerkt. Wenn wir zurückgehen hier... So, dann würde ich mal sagen... Wahrscheinlich ist der Gegner hier dahinter, hm? Hier unten, oder was? Ah ne, da geht es irgendwo hin. Aber ich weiß nicht wohin. Ah, ein Abgrund! Das... Oh, das ist ein Abgrund, okay. Ne, 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 lass mal. Hier gibt es wieder Abgründe in diesem Level, krass. Ähm, ja Freunde, wie gesagt... Willkommen zurück bei Teichu Fatal Shadows. Es freut mich sehr, dass ihr wieder einschaltet hier bei dem... Richtig schönen... Nein! Boah! Bei einem richtig schönen Spiel, wollte ich gerade sagen. Der geht ja... Geht jetzt wieder weg. Oder was? Hä? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da rechts! Oder was? Ach du Scheiße, ja, der ist da rechts jetzt. Nein! Mann! Verdammt! Mach mal! Nein! 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 Kein Bock! Komm, hör auf! Alter! Alter! Die drehen hier am Rad die Gegner, ey. Das ist so krass. Alter! O-A-T-Fort... Pfff! Danke! Oah! Uiuiui, Freunde! Da oben ist der wieder. Boah! Und es leckt wieder. Keine Ahnung, warum. Vielleicht weil ich zu lange am Stück aufnehme oder so kann das sein. Moment mal. Kann ich mich da hinhangeln? Da oben hin? Ist das das, oder was? Hier kann ich hin. Geil. Okay. Aber ich kann hier wieder nicht nach rechts gucken mit meinem... Keine... Ah, doch, jetzt geht's okay. Aber ich kann nicht hoch, okay. Nee, dann bringt das nichts. Dann bringt das leider nichts, Freunde. Ähm. Oh Gott. Warte. Direkt schon wieder so ein schwerer Gegner hier. Dreh dich bitte um. Nein. So, jetzt lauf hoch und kill den. So, weg mit dem. Boah. Direkt mal so ein schwerer Gegner hier. Krass. Cross Blades. Ich wollte gerade sagen, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr mich hier wieder failen seht. So. Aber da drüben ist, glaube ich, nichts, ne? Doch, da könnte ich... Könnte ich da durch? Könnte ich da durch? Nee, kann ich nicht durch. Manchmal sind diese Türen einfach... Ja. Einfach nur eine Ablenkung. Gut. Ähm. Würde ich sagen... Draußen ist wieder ein Racer. So. Hier unten muss... Ist irgendwo einer. Ich habe jetzt keinerlei Items, womit ich die Gegner wegkloppen könnte. Oder direkt killen könnte. Oder so. Ich musste jetzt alleine mit, äh... Skills töten. Oh mein Gott. Nein, der kommt hier hin. Oh, shit. Oh. Oh. So. Okay, warum kommt denn der hier hin? Der kommt gar nicht hier hin. Okay. Was macht denn der da? Wenn er sich rumtritt, ist der weg, auf jeden Fall. Also eben kam er nicht hier rein. Nee. Okay. Der kommt nicht hier rein. Alles klar. Das ist aber kein Unschuldiger. Nein, nein. Das ist kein Unschuldiger. Der sieht mir stark aus. So. Cross Blades. Nein. Oh. Ist noch einer. Verdammt. Da war noch einer. Was war das denn? Den habe ich natürlich nicht gesehen wieder, ey. Ist klar. Verdammt. Da ist noch so ein Freak, Mann. Ich habe natürlich jetzt echt keinerlei nützliche Items hier, ne? So. Da ist der drin. Ich sehe den natürlich jetzt nicht, ne? Das ist klar. Wenn man den nicht sieht, dann ist immer scheiße. Ich muss den Gegner sehen. So. Jetzt. Und weg damit. Sehr gut. Da ist noch einer. 60. Gib mir die Schriftrollen von dem anderen. Nein, 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 nein. Da. Da sind die Schriftrollen von dem anderen. So. Okay. Ich habe schon wieder ein paar Mal entdeckt. Das ist natürlich wieder nicht so toll. Der ist da unten. So. Ein Heiltrank. Das ist schon mal sehr gut. So. Karte. Der ist hier hinter irgendwo. Gut. Soll ich hier schon runter? Ja, muss ich, glaube ich. 80. Alter. Ja, der ist dahinter. Aber kann er mich hier durch das Gitter sehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse es mal lieber. So. Sehen die einen hier durchs Gitter? Freunde. Das ist mir jetzt nicht gerade nicht ganz klar. Die sehen einen durchs Gitter. Die sehen einen durchs Gitter. Scheiße. Ach. Verdammt. Egal. Auf jeden Fall weiß ich das jetzt. Ah, Moment mal. Schaut mal. Ich kann ja da hinten. Hä? Wo ist mein Dings? Da. Okay. Ich kann ja da hinten hoch. Hier oben drüber. Genau. Das ist immer geil. Hier oben drüber kann ich. Ich sehe dich. Hä? Wer denn? Wer sieht mich hier? Nein. Ayami, ich will hier runter gucken. Ja, okay. Nee, dann geht das erstmal nicht. Wer sieht mich denn hier? Verdammt. Wer hat mich hier gesehen? Wer? Wo denn? Ach, der Typ da hinter dem scheiß Gitter da. Ah, super. Super toll, ey. Wirklich. Weißt du was? Renn einfach vorbei. Ist mir scheißegal. So. Warte ich erstmal, bis der sich da wieder beruhigt. So, ähm. Ich kann mich natürlich jetzt nicht umdrehen, ey. 72. Ach, da hinten. Okay, gut. Da hinten. Alles klar. So. Was geht schon mal wieder schwierig los? Da hinten der Typ hinter dem Gitter. Und der Typ hier, der jetzt anscheinend hier hinkommt. Oh mein Gott. Oh. Verdammt. So. Ah, nein. Verdammt. Ja dann, keine Ahnung. Verdammt. Wie lange will der, wie oft will der, wie oft will der mich da noch sehen, der andere? Äh. Verdammte Scheiße. Kill den halt. Mann. So. Ich will nicht wieder zwei Minuten Entdeckzeit haben hier. Es ist kein gutes Tenchu-Spiel, was ich hier mache. Nee, 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 nee. Kein gutes... Irgendeiner rennt hier wieder rum. Es ist hier echt kein gutes Gameplay. Es tut mir leid, aber wie gesagt, mir macht es einfach nur Spaß. Ich bin kein Pro oder sowas. Mir macht es einfach nur echt Spaß, dieses Spiel hier zu spielen. Ah, cool. Komm mal hier. Ah, das ist ein Item. Okay. Und so kommt man auch hier jetzt... Nein. Ach, Wasser. Was ist das denn? Ah! Wo kommt der denn her? Verdammt nochmal, ey. Geht einfach rein, los. Äh. Mann. Alter. Meine Güte, ey. Das kann echt nicht wahr sein, Freunde. Wie oft die Leute mich hier entdecken. So, und dann... Kill den jetzt mal. Mann, ey. Uh. Silent Screen. Okay. Sehr schön. So. Wo sind die Schriftrollen? Hä? Wow. Was geht mit dem Wasser hier ab? Wo sind die Schriftrollen? Ich kriege die Schrift... Ah, doch, da. Was gibt es dem Wasser hier ab? Das... Hä? Sieht das nur so... Das sieht nur so aus. Krass. Das sieht aus, als würde das Wasser hier immer tiefer sinken. Aber es ist nicht so. Kann ich jetzt hier in Ruhe irgendwie raus? Ohne hier... Ah, verdammt. Aber wo kann ich denn hier raus? Hallo? Wo kann ich denn hier raus? Ah, da oben. Okay. Alles klar. Dann halte ich mal bitte da fest. Puh. Okay. Gut. Alles klar. So. Ähm, nein. Hier. Wenn ich jetzt hier reingehe... Dann sieht der mich wahrscheinlich direkt, hä? Oh Gott. Er ist hier hinter, oder was? Nein. Oder? Da ist eine. Eine Frau. Okay. Gut. Die kommt aber hier hinten. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut. So. Wenn jetzt ja auch hier reinkommen... Hier reinkommen, dann bin ich wieder gearscht. Nee. Okay, sehr gut. Dann. Sehr gut. So. Weg mit der. Zack. Cross Blades. So. Sehr gut. Alles klar. Dann hier. So. Das finde ich geil. Wurururur. So. Karte. Moment mal. Hier ist noch ein anderer. Äh. 84. Da ist... Gibt es hier oben... Ah! Gibt es hier oben irgendwas? Nee. Leider nicht. Hm. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Okay, da bewegt sich irgendeiner. Nee, nee. Nee, 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 Freunde. Okay, der bewegt sich weg. Okay. Verdammt. Scheiße. Da hat er mich entdeckt. Was ist das hier? Nichts. Okay. Ja gut, na dann. Ah. Okay, der rennt nach links. Ich hab da einen Grafik-Bug gehabt. Ah, hier kann man durchgucken. Ah, hier kann man durchgucken. Das ist, glaube ich, das David gemeint. So. Macht der das jetzt nochmal auf hier? Macht er das mal auf. So. Ah, das geht wieder zu. Ah, da. Okay. Boah. Okay. Aber das ist ein geiler Trick. So, dann weg mit dem. So. Was ist das denn? Der hat ja eine lustige Maske auf. Richtig cool. So. Wieder Karnevalsmasken hier. Hui. Ja, ja. Das ist schon schwierig hier. Oh mein Gott, nein! Nicht deren Ernst. Nicht deren Ernst. Die können einen instant killen. Ernsthaft, Freunde? Oh, nee. Ich muss alles wieder von vorne spielen. Oh. Mann. Das ist doch nicht wahr, Freunde. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Gut, Freunde. Wisst ihr was? Ich mach mal weiter. Also sehen wir uns da gleich wieder. Muss ich mal sagen. Bis gleich. So, Freunde. Da bin ich wieder. Ich bin jetzt wieder an der Stelle. Ja. Ich bin jetzt erstmal hier. Ach, Mann, ey. Hier hochgegangen. Wollte ich gerade sagen. Und, äh. Habe ich jetzt ein neues Item gefunden? Weiß ich auch nicht, was das ist. Das ist aber euch auch echt scheiße hier, dass ich hier keine Items hab. Also keine guten Items, sag ich mal. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Okay. Die gucken echt nach oben. Und das ist das krasse, Freunde. Die gucken hier nach oben, die Gegner. Das ist ein Fakt, an den ich mich gewöhnen muss. Das ist ein Fakt, an den ich mich gewöhnen muss. Verdammt nochmal, ey. Verdammt. Geh bloß weg, ey. Ich hab keinen Bock, mit dir zu kämpfen. Ich wurde schon wieder tausendmal entdeckt. Egal. Also Großmeister Rang war wahrscheinlich eine einmalige Sache. Wo ist sie denn? Wo rennt sie denn rum? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo die rumrennt. Aber die kommt gleich wahrscheinlich... Ne, kommt nicht. Oder was? Kommt die doch? Die kommt doch... Oh, Mann! Verdammt, scheiße! Ja, danke. Und die hat mich doch eben auch gekillt, ne? Ja, die hat mich eben gekillt. Die hat mich eben gekillt, die Tussi. Wieso eine Scheiße hier? Verdammt nochmal. Ach, Ayame. Wo ist sie denn jetzt? So, jetzt bist du dran. Mann! Die wollten mich schon wieder entdecken. Aber diesmal nicht, ey. Boah. Krasser Kill. Shattered Stone, Junge. Was ist denn da unten? Alter, was? So, dann... Ich hab Angst hier. Alter, was ist das? Das ist nur ein... Okay, alles klar. Ich dachte, das ist ein Abgrund oder so. So. So, ähm... Ne, links rum. Ist der nächste. Aber Moment mal, da eben gab's ja auch noch einen anderen Weg, ne? Den will ich eigentlich auch noch gehen. Vielleicht gibt's da noch mehr Typen, die ich killen kann. Ach, du Scheiße. Da ist noch einer. Ach, fuck. Fuck. Oh, Mann. Nein. Oh, nein. Das war... Was war das denn? Oh, Mann. Oh, weg hier. Verdammte Scheiße, ey. Ah, da waren zwei Typen, ey. Das ist so unglaublich. Woher soll ich denn den anderen noch sehen? Mann. Ne, du kommst hier nicht hoch. Wie ist es? Nein. Nein, du kommst hier nicht hoch. So. Weißt du was? Ah, ich trau mich nicht. Ich muss den irgendwie von oben killen, ja. Aber ich trau mich nicht, weil das so weit von dem Dings hier weg ist. Und weil der sehr blöd guckt. So, jetzt. Ja. Mann, ey. So. Gib mir die Schriftrollen. Aber du hast keine. Oh, Mann, ey. Leute. Hä? Warum nicht? Geh doch hoch. Jetzt. Alles klar. Boah, ey. Zwei Gegner hier oben gewesen. Hat der noch die Schriftrollen? Nein, hat er nicht. Schade. Das war auch sowieso nur ein Fehlraum, oder? Ah, nee. Hier geht's weiter. Aber Moment mal. Da gab's eben noch einen anderen Bereich. Ich glaub, da geh ich nochmal zurück, Freunde. Da geh ich, glaub ich, nochmal zurück. Weil wenn ich hier links und dann nochmal hier links geh. Und dann nochmal hier rechts rein. Und dann hier und dann geradeaus. Da geh's noch runter. Da hat schon wieder irgendein... Ah, okay. Alles klar. So. Da läuft noch einer rum. Welcher denn? So weit! Ernsthaft? So weit. Oh mein Gott, ey. Komm her! Ey, was? Wie kann der mich so weit entfernt... Alter. Sehen. Ich hab wirklich keine Items, die... Die, genau, irgendwie, ähm... Ja, wegziehen könnten, oder so. Das ist richtig blöd. Ah, okay. Da muss ich echt aufpassen. Okay. Geht der erstmal auf seine Route zurück, oder was ist los? Ja, geht der. Okay, dann... Weg mit dem. Da ist noch einer. Ich geh direkt auf den zu, oder was? Ah, der ist dahinter, okay. Nö, dann... Nimm dir die Schriftrollen von dem. Inventar voll. Scheißegal. Das ist nur ne Waffe. Brauch ich nicht. So. Freunde. Da ist der nächste. So, und... Weg mit dem Spasti. So. Das ist wie so ne Kindermaske. Okay. Na gut. So, Crossblades. So, 20 wieder. Alter. Was geht denn hier ab, ey? Richtig krass. Richtig krasses, verwirrendes Level wieder. Da hinten. Ich seh einen Fuß. Ja. Ich hab einen Fuß gesehen, da hinten. So, was macht der jetzt? Wenn er sich bewegt... Ah, hampelt. Alles klar, der hampelt. Nein, das sind zwei. Ah, das sind zwei. Verdammte Scheiße. Das sind wieder zwei gewesen. Ah. Ha, ha, ha. Den anderen hab ich natürlich nicht gesehen. Warum das hier auch nur nach links geht, ne? Diese Item-Auswahl, das verstehe ich nicht. Ah, das sind zwei Leute. Da müsste ich eigentlich einen... ... mit einem Blasrohr killen, hm? Aber wie soll ich die denn töten, wenn das zwei sind? Ich muss die, glaub ich, beobachten. Ha? Uh. Mensch, Ayame. So. Was sind die beiden? Ach du Scheiße. Zwei Leute. Krass. Wie soll ich die denn kriegen? Oh. Der eine dreht... Aha. Mhm. Okay. Ach nein, das ist so blöd, dass ich die Kamera nicht zu der... ... zu der einen Seite drehen kann und deswegen haben die... ... was, die ist mich echt entdeckt. Ach. Das ist so blöd mit meiner Kamera. Keine Ahnung, warum ich die echt nicht da so rumdrehen kann, ey. Nicht nach rechts drehen kann. Ich kann die nur nach links. Keine Ahnung, wieso. So, dann. Oh Gott. Die guckt hier hin. Jetzt guckt die auf die andere Seite. Geht rum. Oh. Ey, das... Nee. Leute, mit dieser Kamera... ... ist das richtig scheiße. Gibt's ja keinen anderen Eingang. Da gibt's doch bestimmt noch einen anderen Eingang, oder? Das geht doch da hoch, Mensch. Da gibt's doch bestimmt noch einen anderen Eingang. Das kann doch nicht sein. Ja, doch. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Keine Ahnung, ey. So, jetzt standen die beiden gerade sehr gut. Scheiße. Die standen gerade sehr gut, die Gegner. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen, Freunde? Es sind zwei Gegner auf engstem Raum. Jetzt! Nein, was war das denn? Und? Und? Ah, sehr gut. So macht man das. Beide auf einmal. So. Crossblades. Ah, und schön runtergefallen. Jawohl. So muss das sein. Ach, so gehört sich das. In den Abgrund rein. Alter. Ja gut, die Schriftrollen sind weg. Glaube ich, oder? Die Schriftrollen sind weg. Ja, ja. Ich hab keinen Bock, in den Abgrund zu fallen, Freunde. Nein, das muss nicht sein. So, dann gehen wir hier hin. Ja, bisschen Abgrund. Bisschen Abgrund. Oder? Ja, ja. Ja, nee. Uh! Boah, fallen. Okay. Eventar voll. Hm. Ja gut, dann... Benutz das mal. Keine Ahnung, was das ist. Alter. Alter, was? Was hab ich da auf... Ah, Blasrohr? Oder was ist das? Nee, das ist das andere Ding. Ach du Scheiße, Freunde. Was ist das für ein Level, ey? Aber es macht Bock. Es macht auf jeden Fall Bock. Da müsstest du doch eigentlich rein können, oder? Nee, geht nicht. Okay. Gut, dann ist die zu. Uh, da muss ich jetzt wieder, wieder andersrum gehen. Gut, okay. Ähm, ich wollte ja eigentlich auch nur hier hin wegen den Gegnern. So, gut. Dann gehen wir wieder zurück. Ah, ein Wetterfall, ja. Okay. Gut, dann gehen wir hier lang. Haben wir hier irgendwas? Ist auch zu, ne? Ist auch zu. Okay, gut, dann... Äh, ein Moment, ich hab mal wieder hier... Okay, Google. So, eine Sekunde. Alles klar. Gut. Dann. Nee. Wo ist denn jetzt das? Moment. Ah, einfach geradeaus hier. Okay. Ja. Es geht auf. So, gut. Dann links. Dann rechts. Dann wieder links. Oder? Nö. Scheiße. Rechts. So, hier hoch. Genau, das war's. Und dann wieder hier links. Und dann sind wir gleich wieder da, wo ich hier aufgehört habe. Geh aber erstmal hier lang. Ich bin so mutig, ne? Das ist so krass, Freunde. Was ist das hier? Klasse. Das sieht mir nach einer Falle aus. Oh Gott. Ich leg's lieber nicht drauf, Alten. Trinkt das direkt. So. Das ist eine Falle, glaube ich, ja. Was ist das hier? Oh! Ach Gott. Hab ich mich erschrocken, ey. Das war eine Katze. Das war einfach nur eine Katze, oder was? Aber Moment mal. Irgendwie muss man doch da hinkommen. Das wollte ich jetzt wieder nicht. Ich hab die Befürchtung, dass das hier eine Falle ist. Nö, ist es nicht. Okay, gut. Jaja, Katze ist gut. Die gab's auch bei Wrath of Heaven, übrigens. Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Egal. Komm. Dann geh ich jetzt einfach mal hier lang. Wo denn? Verdammt. Hä? Bin ich jetzt... Total... Ah, hä? Total bescheuert? Ah, hier. Okay, ja. Gut. Alles klar. Sehr schön. Wo bin ich jetzt? Hier hinter. Ah, okay. Ich glaube, ich bin jetzt fast beim Endgegner. Oder? Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Alles klar. Da waren zwar noch Gegner gewesen, aber... Ja. Ich dachte, eine von euch wäre, würde ich aufkommen. Ich würde niemals disappointen eine Frau. Schöne für das? Hm. Da gibt es eine Sache, die ich nicht verstehe. Was hast du gegen uns? Ich glaube, dass wir dich nie überrascht haben, oder nichts. Ich würde das vergessen. Sister. Frauen sind ein bisschen schuldig, in dieser Weise. Nicht, dass ich jemanden, die zählte, um Geld zu verstehen. Geld? Ich bin nicht zählte für Geld. Ich mache es für Spaß. Es macht mich sehr warm und faszinierend. Ich muss es dir geben. Du hast es sicher gemacht, dass du dich zählst. Es ist viel einfacher. Ich hoffe, dass du dich nicht vorbereitet für eine Kampf, denn ich bin kein Essen und ein Show. Hm... Bosskampf, Freunde. Bosskampf, okay, alles klar. Gut, ähm, dann... Würde ich sagen... Nimm mal die Rauchbombe. Ah, und wirf die, wirf die! Verdammt, wirf doch die Rauchbombe! Verdammt, ich hab mich grad voll verdrückt. Aha, ich bin grad voll raus. Ah... Verdammt nochmal! Äh... So, hier. Jetzt! Rauchbombe! Äh... Und... So. Zack, 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 zack. Ah, genau, das ist dieser neue Kick. Den die da meinen. Also hier, eins, zwei, drei, vier... Und dann... Nein, okay. Oh! Ey! Lass mich in Ruhe, ey. Alter. Ich will grad hier so... Trink! So, okay, gut. Alles klar. So, dann... Und dann... Mit Kick. Ja, ja, gut. Eins, zwei, drei, vier... Und dann zack. Dann kick den, Mann. So, und dann... Zack! Na, schade. Okay. Gut. Ähm... Hä? So, ja. Zack! Zack, 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 zack. So, gut. Alles klar. Gut. Dann... Ah, nein! Was? Wie zählt die denn? Okay. Weg damit! Ein Lebenspunkt! Verdammt! Okay. Ein Hitpoint. Ja... Okay. Na gut, dann... Entschuldigung! Komm schon. Ah, nein! Verdammt! Verdammt! Ah, verdammt! Nicht getroffen! Haha. Ist mir scheißegal jetzt, so. Scheiß drauf hier. Zack! 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 Weg mit dem. Haha. So, den haben wir geschafft. Und wie scheiße ist es wieder. Haha. Na, die sieht nicht gut aus, die Eierame. Ne, ne. Ja, schon wieder Minus. Ja. Das ist... Was ist das? Die Specials sind gar nicht mal so das Problem, sondern die Spotted, ne. 16 Mal, ja. Das ist schon scheiße. Das ist schon richtig kacke. Aber was soll ich machen? Ja, hier. Das auch. Eine Minute elf entdeckt. Ja. Pfff. Keine Ahnung. Ich habe aber alle Gegner gekillt. Das ist schon mal gut. Ja. Keine Ahnung. Es ist immer, immer das Gleiche, ne. Immer im Minus, weil ich irgendwie nie alle Gegner sehe. Ja, aber es ist eigentlich egal. Es macht mir einfach Spaß. Und seht es mir nach, wenn die Statistik da nicht so gut ist. Und ja, würde ich sagen. Freunde, schauen wir mal, was wir hier haben. Nichts. Okay. Aber die nächste Fähigkeit zumindest. So. Gut. Dann gucken wir mal. Hawkeye. Hawkeye. Er hat den Ninja zu sehen, dass er weiter als das nackene Gesicht sieht. Die legend sagt, dass der Ninja hat die Augen so krass als ein Hauke. Ob das wegen der Trainings oder der Verwendung der Werkzeuge ist, ist nicht bekannt. Aber vielleicht hat er eine spezielle Fähigkeit wie diese, die ihnen diese Kraft gegeben hat. Bei mir irgendwie nicht. Deswegen kann ich das vergessen. Leider. 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 Gut. Aber es ist schon nice to have auf jeden Fall. Gut, Freunde. Würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja. Würde ich sagen. Haben wir es dem Typen gegeben. Und dann würde ich sagen. Ja. Schneide ich das jetzt zusammen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.